Hallo und herzlich willkommen zu Ihren Börseninformationen am heutigen Börsenmontag. Ja, das Geschehen in Israel, das heißt der Konflikt zwischen Israel und der Hamas, der ist nur noch endgültig an der Börse angekommen. Das haben wir ja letzte Woche Freitag schon gesehen. Da hat der DAX ja schon am Freitag anderthalb Prozent abgegeben. Heute kommen und kamen wir bis dato auch noch nicht so richtig in Schwung. Halbes Prozent Minus sind wir heute reingestartet. Aktuell nur noch 0,2 Prozent Minus, aber der DAX immer noch unter der Marke von 15.200. Heißt aber, wir müssen über die Marke von 15.400, da haben wir nämlich einen Widerstand drin liegen, um dann eventuell halt eben die 15.600er Marke anzusteuern, um danach tatsächlich dann in ruhiges Fahrwasser hinein zu geraten. Aber es ist natürlich so, dass dieser Konflikt natürlich einiges an Gefahrenpotenzial im Nahen Ostenberg weiß man doch nicht, wer da in Zukunft noch weitere Kriegsparteien wird. Und das ganze Szenario sichert eben dementsprechend eher negativ natürlich auf die Börsen und vor allen Dingen auf die Stimmung der Anleger natürlich ausrichtet. Denn wir haben natürlich viel, viel Verunsicherung durch den Konflikt im Nahen Osten und Verunsicherungen mögen ja bekanntlich die Börsen gar nicht. Schauen wir mal aufs Tagesgeschehen heute. Heute, da passiert noch relativ wenig. Wir haben ja Quartalsberichtssaison. Da geht es aber dann ab morgen dementsprechend weiter. Morgen dann direkt mal Zahlen von der Bank of New York. Mellon Johnson & Johnson ist mit dabei. Bank of America und Goldman Sachs. Das heißt nochmal die großen Finanzinstitute. Da haben ja dementsprechend schon JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo am Freitag Zahlen vorgelegt. Und die Zahlen waren gut, muss man sagen. Also damit war der Markt schon durchaus zufrieden. Das sehen wir auch heute im Light Index. Da sind vor allen Dingen Commerzbank und Deutsche Bank dann doch unter den Gewinnern zu finden. Ja, dann geht es weiter morgen mit Lockheed Martin. Und von Konjunkturseite aus erwarten wir für uns dann den ZEW Index. Und aus den USA wichtig die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. Das sind ja wiederum Zahlen, auf die schaut auch Jerome Powell, Chef der Federal Reserve. Weil man will ja noch wissen, wie geht es da mit den Zinsen weiter. Ja, wird es eine weitere Zinspause geben. Die Amerikaner liegen ja schon bei 5,25 bis 5,5 Prozent. Oder wird Jerome Powell nochmal an der Zinsschraube drehen. Dazu passend dann am Mittwoch konjunkturseitig abends das sogenannte Beige Book. Ja, da müssen wir drauf achten und die Eurozone am Mittwoch dann mit den Verbraucherpreisen. Zahlen gibt es auch und zwar von ASML, von Procter & Gamble, Morgan Stanley mit dabei. Deutsche Börse mit den Q3-Zahlen, Netflix, Tesla, SAP. Das alles am Mittwoch, um nur die wichtigsten mal rauszunehmen. Weil der Plan ist wirklich voll, muss man sagen. Am Donnerstag geht es dann weiter mit Sartorius-Zahlen. Aber Sartorius hat ja bereits letzte Woche mal wieder eine Gewinnwarnung im Markt platzieren müssen. Deswegen heute auch die Aktie mal wieder einer der schwächsten Aktien. Und auf Jahressicht auch einer der Top-Verlierer. Ansonsten haben wir noch Zahlen von Nestle, dann Deliveroo Hero, dann AT&T und L'Oreal. Ja, und am Freitag bekommen wir dann nochmal Zahlen von BW Biotech, American Express und Schlumberger. Ja, und in China gibt es den Zentralbank-Zinsentscheid. Auch nicht ganz unwichtig für die internationalen Märkte. Und für Deutschland dann, dann haben wir die Erzeugerpreise. Also das war so in etwa das Szenario, was sich innerhalb dieser Woche tut. Also auch mal wieder jede Menge Konjunkturdaten, die auf den Markt einprasseln. Aber über allem, das muss man gerade aktuell ganz klar sagen, steht natürlich der Konflikt im Nahen Osten. Und der hat natürlich auch das Potenzial für weitere Verunsicherungen zu sorgen. Wir haben nur einen einzigen Kontraindikator. Und das ist aktuell der Fall, dass wir viele Finanzinvestoren haben, die wirklich auf ordentlich Cash sitzen. Und dann natürlich sagen, wenn der Markt wieder das Laufen anfängt, dann müssen die natürlich rein und hinterher kaufen. Das würde natürlich nochmal eine eigene Dynamik entwickeln. Aber wann das kommt, ob es kommt und wie sich die Gemengelage halt eben gerade jetzt in Israel und in Gaza natürlich weiter nach vorne zieht, das weiß momentan natürlich niemand. Da steckt halt eben jede Menge Überraschungspotenzial drin. Ja und dieses Überraschungspotenzial, das hat man hier an der Börse natürlich gar nicht gern. Aber wie gesagt 0,2 Prozent, die wir noch heute verlieren. Wir liegen noch nicht unter der Marke von 15.000 Punkten. Das ist verschmerzbar durchaus und natürlich, wie gesagt, der Situation logisch im Nahen Osten geschuldet. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Dann gibt es mal wieder frische, neue Informationen, auch zu den Zahlen, die bis dato vorgelegt worden sind, von mir hier aus der Frankfurter Börse.